Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von SirForest in unserer aktuellen Höhlen-Tour, die mega unübersichtlich ist. Jep. Also wir haben da hinten eine Flagge, da ist noch ein Spalt, da wollen wir noch ein. Mal schauen ob da irgendwas Neues kommt. Ah, ich hab schon wieder Hunger und Durchschnitt. Ja, wir haben da hinten eine Flagge mit einem Spalt. Ja, wir haben doch die Flagge hingesetzt. Ja, weil es dann nach außen ging. Glaub ich nicht. Nein, 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 nein. Ich glaub da geht's eventuell... Jetzt gucken wir erstmal, jetzt überlegen wie erstmal, jetzt gehen wir mal den gleichen. Also hier haben wir eigentlich alles. Hier war eine Sackgasse, das war eine Sackgasse, da ging es ja raus. Hier war ja nichts. Hier war dann dieses Loch, wo nur Münzen unten waren. Genau, da war ja auch nichts, ne. Ne, da war nur so ein Wasserfall. Warte, hier so ein Wasserfall. Ne, da war nichts, da haben wir ja geguckt, das weiß ich, ganz safe. Geht's eigentlich jetzt nur noch hier. Hier ist auch nichts. Es tut mir echt leid in der Aufnahme, man sieht aber nichts, also ich sehe auch nichts. Wenn ihr nicht seht, denkt euch nix, ich sehe auch nix. Aber bei mir geht's einigermaßen, glaube ich. Die Reichweite, erwarte, ich habe ja die Taschenombe jetzt nachgefüllt. Jetzt haben wir da hinten Lagerfeuer gebaut, wenn wir hier noch eins hatten. Wie auf Vollhangs, wie auf Vollhangs, ne. Wir haben da hinten langs... Was, hier ist nochmal ein Lagerfeuer? Ja, das haben wir doch vorhin für die... Ach, da haben wir so... Ja, ja. Ja. Ähm, ja gut, aber anders... Achso, hier ist wirklich, das ist wirklich nur eine, ne. Und dann geht's da hinten raus. Wo... Ne, wo... Hä? Doch, hier ist man hergekommen, ne. Ging's da komplett raus, also ganz raus? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne, 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 ne. Genau, jetzt kommen wir wieder zu unserem alten Lagerfeuer. Kommen wir hier hoch? Hallo? Hallo? Kommen wir hier hoch? Ja, genau. Taschenombe. Taschenombe. Passt ja. Ich glaube, da haben wir... Das war dann theoretisch hier. Ach, die Taschenombe ist besser. Ach, geil. Ja. Genau, dann kommen wir hier jetzt noch... Haben wir dann aber hier links was... Warte, warte kurz. Haben wir dann aber hier links was vergessen? Weil... Da waren doch mehrere. Warum steht hier ein... Hä? Das haben wir doch vorhin kaputt gemacht. Aber hier sind wir hier hergekommen. Ja, aber da waren ja noch, noch, noch mehr Abzweigungen, oder? Ne. Aber dann gehen wir hier... Ne. Hier geht's raus. Achso, hier geht's echt komplett raus. Da waren so viele Abzweigungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Achso, ja manchmal ging's im Kreis, ne. Ähm. Aber hier rechts... Genau. Aber jetzt mag ich nochmal ganz kurz... Ehrlich gesagt... Hier nochmal schauen mal. Hier war das dann... Moment. Da war glaube ich noch... Ir... Ir... Was. Hier das Seil, das war ja dann das eine Seil, ne. Ne, das war ja dann, wo ich hochgekommen bin, oder? Ne, das war doch ein anderes Seil. So. Dann gehen wir da halt nochmal schnell runter. Oh, das ist relativ tief... Ne, das war ne... Das war ein anderes Seil. Eindeutig, weil das sehr tief geht. Oh ja. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Geht du zuerst. Was? Tja, rein, ne. Oh, es geht tief runter. Ahhhh. Lol, geht es tief runter? Ach du Scheiße. Das hört mir gar nicht mehr auf. Ach du kack. Oh, ich bin unten. Oh, oh Gott. Ähm. Leichen? Stopp. Weiß, pass auf, Babys auf, ne. Weil hier ist so komisch, da wie hier. Ganz plötzlich geht ein Seil ewig lang. Warum kann man das Seil nicht mitnehmen für unseren... Oh. Oh, 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 oh. Was ist hier denn? Hey, lol. Was ist das? Was steht denn da? Lost Children of the Penis... Was? Ne. Peninsula. Pen... Peninsula. Outfit. Medizinisch. Dynamit. Oh, Alter, wie viel Dynamit. Oh, hier ist was zum Auf. Pfeile. Lol, also die hatten hier mehr... Oh, das ist halt... Der leuchtet mit der Taschenlampe hin, wenn man was aufnimmt. Das ist geil gemacht. Oh, sag mal was. Oh, jetzt fahren wir mal. Ja gut, aber das wussten wir ja schon vorher. Das haben wir schon früher festgestellt. Pfeile. Ganz viel Seil. Hab ich jetzt echt einen Pinsel aufgenommen? Jep. Oh, geil! Axt. Moderne Axt gesammelt. Geil. So viel Seil, so viel Dynamitstoff. Pfeile. Oder? Boah, Alter. Hier, das ist hier. Wir hatten doch... Die modernen Axt hatten wir doch schon mal, oder? Also in Staffel 1 hatten wir die. Ne? Aber da sah das nicht so aus. Also die haben echt gut was geändert, ne? Kann man die auch noch irgendwie... Ah, man kann die auch wieder verbessern. Wie viel Schaden macht die denn? Blockieren ist die schlechter wie die andere. Äh, aber Schaden ist... Höher... Und ist auch schneller. Ja, schneller. Im Weiten schneller. Ja, aber vom Schaden her ist meine Keule halt immer... Ne, obwohl. Aber kann ich die da... Vielleicht den Schaden erhöhen? Weil dann bräuchte ich die blöde Keule nicht mehr. Weißt du was ich mein? Ja. So, ich hab jetzt mal... Oh, ich würde so viel Dynamit mitnehmen. Oh. Weil da ist so viel Seil. Ich möchte das ganze Seil mitnehmen. Scheiße. Kann ich irgendwas crossen mit dem Seil? Dass irgendwas sonst da... Wärmeanzug... Ne, Speertasche, Steinbörtel. Ach, da geht aber die Geschwindigkeit runter, wenn ich die Stärke mache. Ach, was für Pisser. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem meiner Keule, weil die ist extrem langsam. Hm. Alles war eigentlich... Hm. Alles war eigentlich... Alles war eigentlich... Alles war... Alles war... Mehr gibt's hier nicht. Extrem viel Dynamit, was man jetzt nicht mitnehmen kann. Seil... Soda... Seil... Soda... Ja. Schade. Fuck ey. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Voll. Ah, da geht wieder Schaden runter, ey. Was für eine Scheiße. Na gut, ich kletter wieder nach oben. Ah, jetzt ist es vorbei, glaube ich. Obwohl, ne. Hast du dich ja auch mit Farbe eingeschmiert? Ja, natürlich. Alles war's. Okay, jetzt ist es vorbei, glaube ich. Vergiftete Waffe. Ja. Dafür sind diese giftigen Bären ganz gut. Ich hab gar keine giftigen Bären. Das könnte man eigentlich mal ausprobieren. Ich hab gar keine... Brombeeren und... Heidelbeeren. Hab ich ja keine giftigen Bären grad dabei. Hm. Ja, die mussten wir einsammeln mit deinem Fäckchen. Hm. Ich war bei mir. Oh, jetzt hab ich die ganze Zeit das Licht anscheinend brennen lassen. Jetzt sind die Batterie wieder alle. extrem schnell runden mehr war aber dann sind hier ja halt wir sind dann hier links und rechts geht es noch runter ich warte ja das dauert ein bisschen aber bis ich oben bin dabei mache ich mein trafter aus lalalalalalalalalalalala achso, zum klettern brauch ich auch kein taschenlammchen ja es gerade bei mir auch komplett schwarze bildschirm also Ihr braucht euch nicht wundern Waiting, 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 waiting in the cage Deinen Namen seh ich schon langsam, seh ich bisschen was im hinteren. Oh jetzt wird's hell und ah, ein Noven. Machen wir die Tasche mal wieder an. Ich auch. Genau, wir sind ja jetzt. Und sonst war hier nichts oder? Wir sind jetzt links abgebogen. Warte, ich muss erst mal wieder was essen und was trinken. Da war so viel Soda, ich sauchte einen Soda und einen Snack. Dann bin ich wieder. Super. Wo gibt's? Zack. War hier auch was? Ja, ja, hier ist mal. Oh, lol. Lol. Oh, hier ist ein Spalt. Gibt's da raus oder ist da? Ach, keine Ahnung, hier scheint es dunkel zu sein. Ne, hier gibt's anscheinend. Keine Zeit, dass man da vielleicht zum anderen Spalt kommen. Oh, Lampen. Totems. Alter, das ist ne richtig geile Höhle. Die ist wirklich sehr groß und sehr schwer auch durchzublicken. Aber das ist halt irgendwie auch realistisch, ne? Wenn das halt so ne... Oh, oh. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Da können wir uns nicht gut verteidigen. Scheiße, meine. Außer wir locken ihn zum... Alter, deine Taschenlamme macht gefühlt einfach viel mehr Licht. Alter. Oder ist das einfach nur vom Winkel her gerade so krass? Weil wenn du mal wegschaust, ist das einfach fünster bei mir. Alter, das ist krass. Auch auf Babys achten, weil das... Alter, wie viele Babys hier liegen. Wenn die alle jetzt aufstehen würden, wären wir so am Arsch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Shit, Alter. Ah, an das erinnere ich mich. Hier ist ein Seil auch noch. Ach, das sind wir, glaube ich... Doch, da ist ein Seil, das sehe ich. Sollen wir mal mit der Bombe probieren, bevor wir... Bevor er uns merkt. Warte, ich... Lass mal dein Licht an. Ich tu mal eine Bombe auswählen. Ja, ja. Ist das bei dir auch so dunkel, wenn wir nicht mit deiner Taschenlamm darum... Warte, warte. Ich hätte auch noch meine Brandpfeile. Kannst du schon mal... Leuchert, warte. Äh, Babys. Ich sehe... Ich sehe nichts. Babys. Babys, Babys! Was? Wo? Keine Ahnung, die sind extrem laut. Das hört sich an, wenn sie direkt neben mir. Ich höre gar nichts. Okay, das ist völlig so ungleich. Scheiß Taschenlampe, ey, du bringst mir gar nichts. Weil ich kann mich grad irgendwie überhaupt nicht verteidigen. Ach, da kommst du, da kommt da. Da kommt das Baby. Zwei Stück. Geh mal raus aus dem... Hä? Nee. Warum treffe ich das nicht? Einen hab ich. Siehst du durch meine Taschenlampe? Ja, 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 ja. Weil ich sehe gar nichts. Sag mal. Und du schießt bei mir auch billige Pfeile, lustigerweise. Dass ich das Baby nicht erwisch! Jetzt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei mir verpackt ist oder... Alter, ich muss... Ey, das sind doch noch mehr Babys. Ich höre doch noch mehr Babys. Ja, da ist noch ein Baby. Ach, der kommt! Ah, der ist so mutant! Ah! Die war gerade im Menü! Ah! Gott! Voller Stockengrad. Oh, Alter, deine Taschenlampe ist geil, bleib mal so. Ich mach jetzt Brandpfeile. Hallo, ich möchte... Ich mag meine Pfeile wieder haben. Oh, nee, nee. Und aus. Ah! Wo bist du hin? Hier hinter dir. Hallo. Ja, meine Taschenlampe wird nicht leer. Ist mein Problem. Ich sehe jetzt auch nichts mehr. Jetzt ist das hier. Das ist deine mehr als stärker. Nee. Ach, ich möchte mein Feuerzeug in die Hand... Leute, was ist das Feuerzeug im Moment? Warte, ich nehme mal kurz die Lampe. Dann macht man das hier so. Genau, das möchte ich aber nicht. So. Pfeil anzünden. Treffen, treffen. Ja. Hey, greift er gerade das Baby an? Leute, ich glaube, er hat gerade das Baby angegriffen. Das sind noch zwei Babys. Brenne. Schön, dass er brennt, sonst ist mir die nächsten. Es kommt's gut. So, kommt er nicht weiter, oder? Geht immer wieder zurück. Brenne. Oh. 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 Irgendwie geht er nicht weiter, oder? Nee. Ist gut. Aber ich... Klar, ich weiß nicht. Ich nehme vielleicht eher... Warte, ich nehme mal die... Nee, Bombe. Bombe. Ich habe keine Bombe. Oh. Dann nehme ich den Molly. Warte kurz. Ah, ja. Okay. Warte kurz. Das ist das Gute, ist das so. Ja, toll. Ja, dass er genau jetzt dann angreift. Kann ich hier rumspringen? Nee. Oh. Ah, das ist grad dunkel. Ich sehe grad gar nichts. Der ist direkt hinter dir, hinter dir. Leicht wieder hin. Wo ist es denn? Warte, 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 warte. Das Problem lösen wir jetzt mal. Ja, Leuchtfackeln! Ja, das wär's ja. Ja, ja. Und ob. Oh, das sieht geil aus mit der Leuchtfackele und der soll wird's. Das stoppt er nicht, ne, du? Irgendwas, Viech. Oh, da bist du ja schon wieder. Ja, natürlich. Ja, ist sehr gut. Natürlich. Dynamisch. Hallo, komm wieder her. Toll, hat dem einen Scheiß geirrt. Warte kurz, ich mach Molly. Warte ich. Achso, du hast, oh, ich hab auch schon gezündet. Oh, wegstecken. So, jetzt. Gell, der nicht ruf... Boah, der geht mir grad ein bisschen tierisch auf den Keks. Ah, ah, ah. Na, na? Ah, sieht tot aus. Die Pfeile brauche ich, nur alle meine Pfeile. Und jetzt nur heute. Ah, jetzt hast du umgestoßen. Oh, nice. Ah, die leuchtet. Aber pass auf, da waren noch zwei Babys. Toll, wenn man es in der Hand hält, bringt es einem auch. Scheißdreck. Oh. Das sind die zwei Babys. Direkt vor dir. Ja. Toll, ich glaub, ich hab dich jetzt erwischt, oder? Ganz ruhig, Baby. Das mach mal ganz schnell. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Die müssen doch hier irgendwo rumliegen, oder? Oh, hier ist ganz viel Soda. Ich könnte, glaub ich, es ne... Hier geht... Hier geht's auch noch mal weiter. Jejei. Ja, hier geht's... Hier geht's nen längeren Gang nach oben. Hier ist das Seil. To-Do-List aktualisiert. Wir könnten mal... Alter, meine ganzen Pfeile sind weg, oder wat? Wir könnten mit dem Seil mal nach oben gehen. Oder wohl, glaubst du, man kommt dann raus? Äh, nicht. Also ich darf mal hochgehen und gucken, wo wir auch rauskommen, ja. Ja. Ja, warte ich dich hoch. Ne, es geht... Weil vielleicht kann man da... Ach, besser. Vielleicht kann man da gleich nochmal so ne Flagge machen. Also hier ist irgendwie nichts, ne. So... Irgendwie... Da liegt irgendeine Zeitung drunter. Ich hab Angst, dass wir hier in den Haufen irgendwas übersehen. Den ganzen langen Haufen. Ja. Es wär so ein schönes Versteck. Aber da geht noch so ein Gang nach oben, aber mehr hab ich jetzt auch nicht gesehen. Boah, das sieht weit nach oben hier. Also muss jetzt nicht nach... Ah, ich seh glaub ich... Ja, da geht's raus. Ich baue gleich so ne Flagge hin. Ja, welche denn? Lila. Oder was... Welche Farbe? Bloh, guck mal. Hier raus. Ja, ich baue es einfach mal... Oh, Alter, du musst echt weit weg von den anderen Sachen. Gelb oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Mir gehen die Farben mal aus. Ja, bei Lila... Ah, das ist halt... Ja, Lila, das ist halt wieder so... Ah, waren wir... Weil Lila ist ja eigentlich das... Die Höhle müssen wir noch machen. Ja. Warte, dann mach ich... Gelb? Für... Ne. Gelb ist irgendwie... Blau... Weiß? Soll ich sie weiß lassen? Ne... Weiß ist ja... Ist ja eigentlich unsere... Abgeschlossene Höhle. Ne, obwohl... Eigentlich wollen wir die ja abschließen, ne? Dann mach Weiß! Ich mach Weiß, ja. Das ist ja irgendwie es... Ja. Dann komm jetzt wieder runter. Ja. Wo kommst du eigentlich runter? Oh! Es hat gerade ruckelt bei mir. Ja, bei mir auch. Ja, wahrscheinlich weil du grad reingekommen bist. Ja. Ach da. Komm wir runter. Mhm. Ich fang dich. Yay. Yay. Allee, ich bin schon wieder verhungern. Die Snacks hier halt einfach... Aua. Ach, wir sind einfach so lang unterwegs. Ja, wir sind lang unterwegs. So, dann... Das weiß nix. Aber Snacks haben wir so viele. Ja. Du hast ja hier nichts mehr gefunden, ne? Mit dem Bladel konnten wir auch nix machen. Ne, ich hab echt nix gefunden. Eigentlich komm ich hier weiter. Nur noch mal. Hab ich hier? Das kenn ich auch schon irgendwoher. Ja, ja. Also in der Höhle waren wir schon mal. Gegen dieses Viech haben wir auch schon mal gekämpft. Das hab ich... Oh! Komm. Snacks! Äh. Oh, ne doch nicht. Dachte Batterien. Ähm. Wartest du hier schon alles? Ne, ja. Oh! Was? Kassette 2 gesammelt. Ach, weil... Ne, ich hab gedacht, weil da ist ein Benzinkanister. Hey, dachte das vielleicht auch die Motorsäge hier. Ich wär krass gewesen. Kassette 2 ist wieder bloß äh... Musik, ne? Na gut. Ähm. Dann leiten wir eine Schiene. Ich brauch vielleicht... Ich schau mal, ob ich eine Bombe bauen kann. Hups, das brauche ich gar nicht. Ah! So brauche ich nicht. Dann könnte ich ne Bombe bauen. Ne Leiter plantieren. Ne, das da. Das da. Und... Eine Uhr. Also ich könnte mir eine Bombe bauen, deswegen kann ich wieder was mitnehmen. Keins. Was fehlt mir da noch? Äh, Klebeband. 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 Das hab ich vorhin aufgenommen. Klebe... Das war doch immer hier oben eigentlich. Linde ist... Halt! Achso, ich kann keine mehr tragen. Ach, da ist es. Isolierband. Da. Wie, das war es jetzt hier? Oder was? Irgendwie... Bisschen täuschen fast die Ausbeute. Für einen Kampf gegen Mutanten. Ja... Weil jetzt können wir auch nur zurückgehen irgendwie, oder? Oder... Haben wir jetzt noch irgendeinen Abzweig? Weil ich hab jetzt echt den Überblick verloren. Ich... Nee... Ich glaube jetzt müssten wir langsam da gut abgeschlossen haben. Blöd, dass man jetzt siehst, ein Kanister nicht mitnehmen kann. Na gut, Glück gesagt, dann war das hier schon wieder alles. Ah... Ne, 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 wir müssen immer noch durch den anderen Wald durchgehen. Ah ja, stimmt. Wir müssen also wieder zurück. Ah, warte. Wir müssen noch die Schneide. Alle ist nämlich schon zweieinhalb Folgen... In zur Höhle unterwegs. Jupp. Hier sind wir hergekommen. Oder? Oh... Ich sehe nichts. Ah ja, genau. Oh... Okay... Hast du das auch gerade zu schreien? Ja... Das war gerade irgendwie ein bisschen unheimlich. Ich höre die immer noch schreien. Also wir gehen jetzt hier wieder zurück, oder? Ja. Draußen warst du und hast du weiß gemacht, oder? Ja, genau. Das wäre mal so krank eigentlich, wenn du... Ja. Ja. Während du durch so... Während du durch so einen Schlitz läufst, dass plötzlich zack jemand vorbeiläuft, während du nach vorne... Wo der dich da irgend so reingreift, oder sowas. Oder so nur, dass du so reinguckt, so... Das wäre so krank. Oder so ein... So ein Mutant, oder so ein Spinn-Mutant. Oder du durch die Fresse aufmacht, und du kletterst dann rein. Seidele, dann sind wir hier wieder... Oben? Ne... Ja, genau. Wo geht's dann hier lang? Wo geht's hier lang? Ja? Ja, hier sind wir ja vorhin, die ganze Zeit rumgeratscht. Ach so. Ach ja, das stimmt. Jetzt geht man hier wieder zurück. Warte, ich mach hier mal das Lagerfolge dann mal an. Genau, und dann... Können wir das hier eigentlich... Lustig, dass sich immer wieder diese Truhe hier schließt. Genau. Dann können wir das wegkauen, und dann gehen wir... Ach so, das... Aber hier geht's raus, weil ich glaub ich seh da nen Himmel. Ach so, das... Ach ne, wo wir uns mal aus? Hier geht's... Ja. Doch nicht raus. Ich hab mich total gedeutscht. Es geht einfach weiter. Na ja, das war dieses Wasser, das rumgeschmert. Ich möchte jetzt noch irgendwas besonderes von Motorsäge, Katana und sowas... Ach so, warte, ich muss noch ein was... Ich muss noch ein was machen, weil... Warte kurz, das fällt mir grad ein. Äh... Jo, wobei... Kombinieren... Ähm... Eins. Genau. Ich bin mir grad nicht so... Ich bin mir grad nicht so... Auf eins. Ah ja. Lol. Okay. Was schon... Ist hier irgendwas besonderes? Ist hier unten... Ist hier unten... Ist hier unten... Was? Nee... Gar nichts. Hä? Ah, ich hänge. So. Ach, haben wir ein Outfit? Ich hör die Geräusche aber auch. Äh, hab sie kurz gehört? Ja. Seil, 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 Seil... Ah, wie viel Seiler... Moment, ich hör doch... Hier ist irgendwo ein Mutant. Vielleicht ist der andere wieder gespawnt. Oh, hier ist ne Kassette? Nö. Kassettenspieler. Hä? Hä? Ja. Was? Hier geht's aber nicht weiter, ne? Hier was? Hier ist auch nicht... Haben wir den Kassett... Warten wir schon mal, wenn wir den Kassettenspieler hier finden? Nee... Ich bin verliert. Nee, den Kassettenspieler haben wir ja auf dem Schiff gefunden, oder? Ja, oder hat man den nicht immer dabei gehabt? Nee, den Kassettenspieler nicht. Nee, die haben wir auf dem Schiff gefunden, und das war's. Ja, okay. Okay, dann war ich hier jetzt auch nichts, und dann können wir eigentlich... Das ist... Ja, dann eigentlich raus. Dann war das... Eine riesige Höhle, aber irgendwas nützliches hat man da nicht... Bis auf die Axt, die Axt hat man da gefunden. Ja, stimmt, die Axt, ja. Die Moderne. Das stimmt, ja. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alles... Aber ich bin auch der Meinung, dass wir echt alles durchgeguckt haben, also... Ja, doch. Ich hab'n gutes Gefühl, jetzt können wir da... Wieder hoch. Hallo, bis wieder hoch. Gut, gut. Dann gehen wir da wieder hoch. Und... Und es ist... Dunkel draußen. Nacht. Ich will da gar nicht raus, weil... Oh, Gott. Meine Fresse erschreckt mich immer wieder. Das trau' mich da jetzt gar nicht. Was haben wir gespeichert? Können wir irgendwo speichern? Oh, shit. Achso, weil man letztes Mal auch ganz schön auf die Fresse... Ja, ist bald mal da draußen, Mann. Oh, Alter. Diese Fledermäuse. So'n ganz schnelles Zelt oder so, vielleicht schnell schlafen? Kann man sowas schnell? Ja. Baust du? Ich möchte eigentlich mal wieder das Licht haben, das ist einfach... Obwohl, wir sind doch farbig. Das hat doch mal irgendwas... Bedeutet. Äh, ich... Ich fau' grad' im Wasser. Ich baue schon, ich hab's schon. Achso. Erstmal speichern. Oh, C. Oh, Gott sei Dank. Und dann schlafen. Ach. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie spät es ist, aber schlafen einfach mal, ja. Ne, ich will jetzt auch erstmal einfach nur schlafen. Ich möchte wieder Helligkeit haben. Ah, wie ist so. Toll. Geil. Ach, geil. Voll, stirb. Ne, komm nicht hin. So. Dann haben wir hier... Oder wir beenden diese Folge einfach, weil es ein guter Punkt ist. Ja, und dann könnte man... Überlegen zum Dorf zu gehen. Oder... Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Schauen wir mal was machen. Passt. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.